Im Herzen der Freiburger Altstadt, direkt neben der imposanten Kulisse des Freiburger Münsters gelegen, erwartet sie das historische Gasthaus Ganter Brauerei Ausschank und lädt sie ein zum gemütlichen Beisammensitzen auf dem altehrwürdigen Münsterplatz. Eine Besonderheit im Ganter Brauerei Ausschank ist die spezielle Prägung von exklusiven Bierkrügen für unsere Stammgäste. So erhält jeder Stammgast seinen eigenen Krug, versehen mit dem Ganter Greifenwappen und dem Namen des Gastes. In unserer urigen Gaststube mit dem Freiburger Münster quasi als Nachbar arrangieren wir mit viel Liebe zum Detail ihren feierlichen Anlass und passen dabei die Räumlichkeiten ihren Bedürfnissen an. Auch regelmäßige Live-Auftritte verschiedener Bands und Künstler prägen das Bild von Ganter Brauerei Ausschank. Bei einem frisch gezapften Bier sind sie Teil dieser gemütlichen Abende und der typischen Freiburger Lebensart mit seiner lebensfrohen Kultur. So lecker, so zünftig, so badisch. Probieren Sie die Vielfalt unserer traditionell herzhaften Küche und genießen Sie eines der vielen Sorten Original Ganter Bier, dem herrlich erfrischenden Biergenuss Freiburgs. Denn wo Tradition auf Qualität und Freundlichkeit trifft, dort ist Ganter Brauerei Ausschank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017